Die Ölmühle La Buga präsentiert das steirische Kernölfest 2018. Feiern Sie am 22. und 23. September zwei Tage lang mit Ihren Musikstars ein unvergleichliches Fest. Samstags auf der Bühne mit dabei sind die Amigos Gigi Anderson, Marlena Martinelli und Andre Jan. Sonntags beim einzigartigen Frühschoppen warten auf Sie die Lauser, Sepp Mattelschweiger und sein Quintett Juché, Daniel Düsenflitz, Melissa Naschenweng und viele mehr. Also nix wie hin nach Lebring zum steirischen Kürbiskernölfest 2018.